Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie es wäre, mit einem Profi-Orchester zu spielen? Dann haben wir was für euch. Wir laden euch ein, Teil unseres virtuellen Orchesters zu werden. Alle können mitmachen. Oma und Opa, Enkel oder das WG-Quartett. Sofern es die Infektionsschutzmaßnahmen erlauben. Das Besondere an Mitspielen digital. Das BRSO wird mit euch spielen. Ihr von der Leinwand aus und wir vor Ort. Und zusammen spielen wir Münchens Stadthymne, Solang der Alte Peter. Und ja, wirklich alle können mitmachen. Hier findet ihr alle Infos dazu. Hinter den Instrumenten-Icons verbergen sich verschiedene Notenblätter mit Stimmen, die ihr spielen könnt. Die Icons sind natürlich nur Beispiele. In der Auswahl der Instrumente sind euch kaum Grenzen gesetzt. Euer Instrument ist nicht dabei? Kein Problem. Nehmt euch einen Kochtopf oder sowas ähnliches. Und macht so mit. Eure Videoclips bauen wir zu einem großen Orchestermosaik zusammen. Und an unserem Familientag ist dann die Premiere. Das Ganze könnt ihr dann natürlich live mitverfolgen. Seid dabei, wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auf euch.